Rote Rosen Vorschau, Amelie verlässt die Serie Ausstieg steht fest. Seit 2019 ist sie fester Bestandteil der Roten Rosen. Allerdings sieht es so aus, als würde Amelie Lüneburg bald verlassen. Es sieht so aus, als müssten sich die Fans bald von einem weiteren Fehnliebling verabschieden. Denn wie wir der Vorschau entnehmen können, will Amelie, Lara Isabel Lentink, Lüneburg verlassen. Stattdessen zieht es Unternehmer nach Frankreich. Grund, Liebe, natürlich. Denn Jorik, Remo Schulze, erhielt ein sehr attraktives Angebot. Er soll als christlicher Partner beitreten. Alles, was sie tun müssen, ist nach Avignon, im Süden Frankreichs, zu ziehen. Das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung, zumal seine Beziehung zu Amelie seit kurzem wieder gut läuft. Aber sie scheint von der Idee, etwas zu ändern, beeindruckt zu sein. In drei Könige hat sie das Gefühl, dass sie in ihrer Karriere keine großen Fortschritte gemacht hat. Warum also nicht etwas Neues ausprobieren? Unmittelbar nachdem Jorik es vorgeschlagen hatte, wusste Amelie, dass dies der richtige Weg war. Sie kündigt Günther, Hermann Terke, und zieht sich aus der örtlichen Hotellerie zurück. Natürlich ist er fassungslos, aber das ist nicht Amelies größtes Problem. Silke, Anna Baldauf, ist zutiefst beleidigt und übt scharfe Kritik an der Partnerin ihres Sohnes. Die beiden Frauen mögen sich schnell versöhnen, doch die nächste Gewitterwolke kündigt sich bereits an. Denn Silke denkt darüber nach, bei ihnen einzuziehen. Das ist zu viel für Amelie. Amelie macht Silke klar, dass sie nicht mit ihr nach Avignon kommen soll. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht, so dass dieser wiederum damit droht, Amelie zum Verbleib in Lüneburg zu zwingen. Wie sich die Lage zwischen den Frauen weiterentwickelt, erfahren rote Rosenfans wie immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Alternativ können sie die Folge auch 30 Tage nach der Ausstrahlung in ihrer Mediathek abrufen. Vielen Dank. Vielen Dank.